Ihr Lieben, der liebe Tobi hat mir hier gerade was geschickt von der Tagesschau. Das wird so oder anders auch auf anderen Webseiten zu sehen gewesen sein. Er hat mir das hier gerade mal rüber geschickt via WhatsApp. Vielen Dank, Tobi. Darauf mal kurz einsteigen. Denn neues Telekommunikationsgesetz gilt seit heute, seit 1.12.2021. Anbieter müssen Verträge mit einer Anfangszeit von maximal zwölf Monaten anbieten. Ein Vertrag kann nach Mindestzeit jeder mit einer Einmonatsfrist, also wenn die zwölf Monate dann rum sind, kann mit einer Frist von vier Wochen gekündigt werden. Kunden können die einen Anbieter kostenlos wechseln, beziehungsweise die Rufnummer kostenlos mitnehmen. Schneller Internetzugangsdienst muss zur Verfügung stehen. Geil ist hier auch Definition noch unklar. Es ist immer gut, wenn man das nicht definiert. Man sagt, hey Anbieter, du musst dem Kunden ein anständiges, schnelles Internet anbieten, aber definieren wollen wir es nicht. Das ist auch so sehr, sehr schwammig. Kunden müssen nur die Internetgeschwindigkeit zahlen, die sie kriegen. Das ist auch ganz interessant. Da können wir jetzt das Beispiel bei mir anziehen. Ich habe eine 50M-Mitleitung, die ich bezahle. Es kommen aber nur 25 an, laut Vertrag. Aber wenn ich einen Speedtest mache, kommen halt über 40 an. Also wie man da dann, ja, wie das funktionieren soll, das ist ganz interessant. Anspruch auf Behebung von Störungen nach zwei Tagen Entschädigung fällig. Ja, also das ist jetzt interessant. Ich habe ja gerade, mal by the way, vielleicht mache ich da nochmal ein extra Video. Wenn ihr das haben wollt, schreibt es mir unten rein. Ich habe mit Mobilcom Debitel momentan Probleme. Die buchen immer schön bei mir ab, die Kohle, und freuen sich auch, dass das immer alles läuft und alles. Und jetzt geht meine SIM-Karte nicht seit drei Tagen. Und heute ist ja der erste Zwölfte. Dementsprechend muss ich mal gucken, wenn das morgen auch nicht geht, dann hätte ich ja schon wieder einen Anspruch auf Entschädigung. Also wird ganz interessant. Dann werde ich mich mal auf das neue Telekommunikationsgesetz beziehen. Also lasst euch, und das ist jetzt der Punkt, den ich hier sagen will, wir gehen zurück zum ersten Punkt. Anbieter müssen Verträge mit Ablaufzeit von maximal zwölf Monaten anbieten. Ja, das heißt aber nicht, dass ihr die Verträge nicht mehr bekommt, die 24-Monats-Verträge. Also wenn wir jetzt hier auf Mobilfunk gehen, ja, da seht ihr hier, ihr habt immer noch 24 Monate Laufzeit. Also ihr dürft die Formulierung nicht falsch verstehen. Sie müssen auch mit zwölf Monaten das Ganze anbieten. Ja, das heißt aber nicht, dass sie 24 Monate nicht mehr anbieten, zum Beispiel über Check24 einen Deal macht. Und sagt, hey, ich möchte ein Handy günstig haben, ja, Vertrag mit Handy, zeige ich euch mal eben. Hoppala. Dann werdet ihr auch da keine zwölf Monats-Verträge haben. Also das suggeriert bei manchen Leuten eine total falsche Sicherheit. Oh, ich kann nach zwölf Monaten dann jeden Monat gehen. Nee, nee, Leute, das sind alles weiterhin 24-Monats-Verträge. Zeige euch das hier mal in den Vertragsdetails. Also der Anbieter muss das anbieten, ja. Hat aber natürlich weiterhin, also es ist jetzt nicht so, dass 24-Monats-Verträge nicht mehr legal sind oder nicht mehr möglich sind, ja. Das will ich mal klarstellen. Das wird von vielen falsch verstanden. Ja, also der Anbieter wird weiterhin, ja, weiterhin seine 24-Monate-Laufzeit, gerade wenn ihr ein Handy dazu haben wollt, günstig, ne, und das ist alles eine Kalkulationssache. Das Einzige, was der Anbieter muss, ist, jeder Telekommunikationsanbieter muss dir jetzt auch einen Vertrag mit zwölf Monaten anbieten, ja. Und faktisch ist es dann so, dass der wahrscheinlich teurer ist, dass der schlechte Konditionen hat. Und gerade wenn ihr irgendwie Cashback bekommt oder so, könnt ihr es dann wahrscheinlich komplett knicken, von Handys mal ganz zu schweigen, ja. Also ihr werdet dann keine attraktiven Zuzahlungen für Handys haben, wenn überhaupt in so einem zwölf-Monats-Vertrag dann überhaupt irgendeine, ja, Art Zuzahlung möglich sein ist, ja. Ich wollte das nur mal ganz kurz, weil mir da jetzt schon mehrere Leute geschrieben haben per Instagram und so, oh Mensch, da kommen jetzt die zwölf-Monats-Verträge, wird alles schön und gut und nach einem Jahr kann ich monatlich kündigen. Ne, ne, ja. Es gibt für dich als Kunde die Option, einen zwölf-Monats-Vertrag abzuschließen, ja. Zu wahrscheinlich schlechteren Konditionen. Dann kannst du, wenn du diesen zwölf-Monats-Vertrag hast, auch monatlich kündigen, ja. Ja, aber wenn du geile Handys dazu haben willst, eine geile Zuzahlung und so, ist das unattraktiv, ja. Also auch hier die 24 Monate, ne, da ist immer eine Verlängerung um ein Jahr bei Nicht-Kündigung, ne. Das bleibt alles so, wie es ist, ja. Also wer sich da irgendwie jetzt Hoffnung gemacht hat, ne, ne, es ist tatsächlich so, dass nur der Anbieter das zusätzlich anbieten muss. Zu welchen Konditionen und alles, das bleibt ihm völlig frei. Ja, das ist nur ein kurzes Video und ich würde sagen, bis zum nächsten, ne. Ciao. 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 Ciao.